Die kalte Jahreszeit hat begonnen und viele Menschen suchen noch nach dem perfekten Geschenk für ihre Liebsten. Ein beliebtes Geschenk auch in diesem Jahr ist wieder Parfum. 2018 empfiehlt Duftexperte Richard Hardcastle James C. Leblanc Pudre, eine pudeweiße Sensation. Inspiriert vom Weiß des französischen Porzellans, erweckt er das Gefühl vom reinen weißen Puder. Eine florale leichte Note und ein leuchtender Windhauch schleifen eine Wolke aus weißem Puder auf scheinbar innocente und unschuldige Art und Weise. Der aber eine intensive Sinnlichkeit zugrunde liegt. Die Düfte von James Healy sind mystisch, unverfänglich und passen zu jeder Gelegenheit. Die Düfte von James Healy werden von Frauen und Männern gleichermaßen geschätzt. Die Duftkollektionen von James Healy sind puristisch und daher passen die zu jeder Situation, beruflich und privat. Die Duftkollektionen von James Healy sind puristisch, unverfänglich und passen zu jeder Gelegenheit. Die Duftkollektionen von James Healy sind puristisch, unverfänglich und passen zu jeder Gelegenheit. Die Duftkollektionen von James Healy sind puristisch und unverfänglich und passen zu jeder Gelegenheit. Die Duftkollektionen von James Healy sind puristisch, unverfänglich und passen zu jeder Gelegenheit. Die Duftkollektionen von James Healy sind puristisch, unverfänglich und passen zu jeder Gelegenheit.